Das Fachsymposium für energieeffiziente Gebäudetechnik und Prozesskühlung, Effizienzforum, fand 2018 in Düsseldorf, Dresden und Stuttgart statt. Gemeinsam luden Konder und Angie Refrigeration zu einer Diskussions- und Vortragsreihe, an der sich weit über 350 Planer, Anlagenbauer und technisch-wissenschaftliche Experten der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik beteiligten. Im Fokus standen die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Trends und Lösungen für die Zukunft der Lüftungs- und Kältetechnik. Das anschließende Networking-Dinner bot einen geselligen Erfahrungsaustausch mit Kollegen der Branche. Das anschließende Networking-Dinner bot einen geselligen Erfahrungsaustausch mit Kollegen der Branche.